Nachdenkseiten Die kritische Website Können wir Krieg? Kaputte ARD, kaputtes Deutschland Ein Artikel von Albrecht Müller Gestern Abend gab es mal wieder eine bemerkenswerte Sendung, genauer gesagt eine Sendungsabfolge, um 20.15 Uhr eine Art Reklamesendung der Rüstungswirtschaft und daran angeschlossen um 21 Uhr, hart aber fair, mit nahtlosen Übergang. Wenn Sie sehen und belegen wollen, in welchem jämmerlichen Zustand sich unser Hauptmedium das erste befindet, dann sollten Sie sich diese Stücke anschauen und Ihre Eindrücke bitte auch weitergeben. Im Folgenden ein paar Stichworte zu beiden Sendungen. ARD-Story Können wir Krieg? Bundeswehr in der Zeitenwende Ausgestrahlt am 3. April 2023 auf ARD Die Ankündigung dieser Sendung sah so aus, Zitat Wie weit sind die deutschen Streitkräfte nach gut einem Jahr Zeitenwende gekommen? Wie kriegstauglich ist die Bundeswehr heute? Der Film Können wir Krieg? beleuchtet diese Frage aus drei Perspektiven, dem Stand der Ausrüstung, der Verbündeten und der deutschen Politiker, Zitat Ende. Schon der Titel zeugt von der manipulationserprobten Professionalität der Macher dieser Sendung. Die Frage Können wir Krieg? Es könnte sein, dass der Auftrag für diese Sendung erteilt wurde, als für jeden einigermaßen aufmerksamen Menschen das Scheitern der Afghanistan-Mission der Bundeswehr und des Westens insgesamt sichtbar wurde. Und wie sinnlos militärische Unternehmen und Militär als Mittel zur Lösung von Konflikten sind. Damals musste eigentlich jedem Deutschen klar sein, dass die mindestens 17 Milliarden Euro rausgeworfenes Geld waren. Und wir uns sinnvollerweise auf die Mittel der Verständigung und der Diplomatie konzentrierten, um die Welt möglichst friedlich zu halten. Der Film war eine Abfolge von zusammengewürfelten Propagandastücken und sich stützenden Botschaften. Die Bundeswehr ist dringend nötig. Sie ist schlecht ausgerüstet. Sie leidet unter einer Materialmisere. Die Bundeswehr wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Die Bundesregierung hat zu wenig Material bestellt. Ersatzteile müsse man haben, wenn man sie brauche und nicht erst dann bestellen. Veraltete Strukturen der Bundeswehr gefährden die Soldaten. Putins Annexion der Krim bringe den Krieg zurück nach Europa. Die Verbündeten werfen den Deutschen vor, ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen. In den baltischen Staaten wächst der Unmut über Deutschland. Der lettische Verteidigungsminister über die Bundeswehr. Diese Armee ist nicht ernsthaft einsatzfähig. Es gäbe ein Misstrauen gegenüber Soldaten. Die Gelöbnisse der Soldaten wirken wie aus der Zeit gefallen. Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein großer Fehler. Ein Jahr sei seit der Zeitenwende vergeudet worden. Wir müssen mehr in sie investieren, damit wir Krieg können. Um diese Botschaften unter die Leute zu bringen, wurden in diesem Film unentwegt einschlägig bekannte Personen als Zeugen aufgerufen. Ich hatte zunächst mitgezählt, wie oft die einzelnen Personen ins Bild kamen, habe dann irgendwann aufgehört. Das war der letzte Stand. Kiesewetter von der CDU wurde sechsmal zitiert. Er ist ein einschlägig bekannter Lobbyist des Militärs. Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann erschien mindestens sechsmal im Bild. Auch der frühere Wehrbeauftragte und SPD-Politiker Hans-Peter Bartels wurde immer wieder in längeren Interviews gezeigt, mehrmals. Als weitere Zeugen wurden die jetzige Wehrbeauftragte Eva Högl, der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Hitler und mehrere Vertreter der Bundeswehr aufgerufen. Mehrmals wurde ein Christian Mölling mit Statements eingebildet. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstitutes der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Die ARD bot also insgesamt eine Ansammlung von Lobbyisten auf. Sachverständige Gegenstimmen gab es nicht. Deshalb konnten die Botschaften dieser angeblichen Dokumentation unbestritten unters Volk gebracht werden. Das war insgesamt ein Skandal und, wie ich finde, ein Zeugnis für eine kaputte ARD. Und auch für ein kaputtes Land, in dem so etwas möglich ist. Hart aber fair mit dem Titel Die ARD-Story »Können wir Krieg« ging nahtlos über in Hart aber fair. Die Sendung begann mit einem langen Interview mit einem ehemaligen Soldaten, einem Veteranen mit dem Namen Rüdiger Hesse. Er leidet wegen Einsatzes in Afghanistan und im Kosovo an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er und der Moderator freuten sich sichtlich darüber, dass man mit dem Ukraine-Krieg endlich bei der Einsicht angekommen sei, dass wir die Bundeswehr bräuchten. Wie üblich bei Hart aber fair gab es dann eine Diskussion unter den anwesenden Personen. Auch hier war das Hauptthema »Wie verteidigungsfähig ist die Bundeswehr?« Die Besetzung war wie üblich einseitig ausgewählt. Es begann mit dem Moderator Louis Klamroth. Er bemühte sich nicht einmal darum, Distanz zu der Hauptbotschaft seiner Sendung zu bewahren. Dass er, dass die Nachfolge Plasbergs bei Hart aber fair eine Fehlbesetzung ist, konnte man auch an dieser neuen Sendung deutlich sehen. Die eher kritische, linke Position wurde von einem früheren CDU-Mitglied vertreten, von Franz Alt. Ansonsten gab es die Redakteurin der Taz, Frau Winkelmann, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses und Militärlobbyisten der SPD-Bundestagsfraktion Michael Roth, den stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung Paul Ronsheimer und die Ukrainerin Maria Maximtsiv. Es gab niemanden, die oder der auch nur andeutungsweise die Position Russlands hätte vertreten können und wollen. Trauriges Fazit Auf diese Weise macht man Stimmung, auf diese Weise fördert man die Kriegsbereitschaft. Aber auf diese Weise fördert man nicht das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit.